Also es kommt nicht A, Polizei, B, Hotel. Wir müssen weg. Moinsen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Siehst du, das macht keinen Sinn und du bist traurig, weil du keine Freunde hast. Wir stehen gerade vor Real. Delta ist nämlich heute ebenfalls in Rheine und geht heute hier sein Abo-Special. Deswegen müssen wir heute noch ein paar Party-Sachen für ihn besorgen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich in Teddy rein und holen uns ein paar verrückte Sachen. Let's go. Wir sind gerade bei Teddy und ich habe mir jetzt gedacht, diese drei Dinge werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Da wird es heute noch richtig Action geben. Wir machen jetzt einen kleinen Test, Leute. Vor allem das ist meiner, das ist meiner. Er hat einfach geklaut. Er hat einfach geklaut. Er hat schon geklaut, Alter. Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Test, um ungefähr zu wissen, wie weit die ungefähr gehen. Also ich sage, richtig schlecht. Was? Okay, wir haben jetzt hier Rauchpatronien, die in Delta sich bestellt gehabt und wir jetzt schon eine gezündet direkt. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Geil. Hä? Richtig schlecht. So, wir sind jetzt noch bei Ex-Handlet und haben uns was zu essen bestellt. Alles ist am Start hier. Jörg, Jörg, Wurst, Pizza. Sieh mich sehr mit dabei. Die Wurz. Und Lelda. Hi. Mit seinem 2.000-Amonenten-Special, was jetzt schon so gut wie fertig ist, ne? Oder fast fertig ist. Wer gehört schon was zum Essen jetzt? Danny, wie schmeckt denn das Essen jetzt? Mein Geburtstagsessen jetzt. So, wir sind jetzt gerade wieder in der Emsch-Galerie. Der Lelda ist noch da. Oh, Lelda, was ist denn da? Wir sind gerade noch in der Emsch-Galerie, wie gesagt. Und wir sind gerade im Parkhaus sozusagen. Wir wollten ein bisschen nach oben gehen und ein bisschen was gucken, ein bisschen filmen. Vielleicht kriegen wir noch eine geile Aussicht. Irgendwie nur ein paar geile Aufnahmen. Leute, was macht ihr dahinter in den Gitterstäben? Ich muss euch hinterher holen. Warum seid ihr so gefährlich? Was macht ihr denn da? Okay, wir sind jetzt am Bahnhof. Das heißt, es geht jetzt lange ums zurück. Zelda hat sich schon hingesetzt, weil der ist einfach müde. Er ist einfach total müde. Und ihm ist arschkalt. Ich würde damit sagen, das war es denn mit diesem Video. Schaut auf jeden Fall bei Zelda vorbei, denn das Album Special ist online. Das heißt, das muss man mal gesehen haben. Schaut auch bei Sebastian vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, deswegen in dieser Stelle. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann und ciao. Bis dann. Das muss jetzt drin bleiben. Das muss jetzt drin bleiben. Das muss jetzt drin bleiben. Vielen Dank.